Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute eine Dummbum-Batterie bzw. ein Verbund von Dummbum. Wir haben hier vier 16 Schusser zusammen verleitet, macht insgesamt 64 Schuss auf 20 mm Kaliber mit einer NEM von 496 Gramm. Wir haben hier wie gesagt verleitet viermal diese normale Dummbum-Batterie in Kaliber 20 mm mit Feuertopf und Salud als kleinen Verbund. Preislich gesehen 25 Euro, gekauft wurde sie beim Classic-Händler zur Einkaufstour 2023. Wer nochmal die technischen Daten nachlesen möchte, hier für euch das Bild. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus zur Zündung der Classic 64 Schuss Dummbum-Batterie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.